Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skullabones. Ich weiß, ich bin ein paar Tage zu spät, aber ich war krank, ich hatte viele andere Sachen um die Ohren. Aber ich will das auf jeden Fall jetzt noch nachholen, weil es zwei, drei Sachen gibt, die im letzten Patch, die diesen Dienstag am 17. dazugekommen sind, sehr, sehr spannend sind und auf jeden Fall auch besprochen werden sollten. Vor allen Dingen auch ein Fehler über Clans, über die wir später noch reden werden. Aber fangen wir erstmal an mit dem Update. Update 2.1, was jetzt reingekommen ist, bringt eigentlich nicht so viel Neues, Spannendes. Natürlich habt ihr jetzt das große Monster, das Neue, ihr habt neue Aufgaben, ihr könnt auch endlich im Kaperbrief hier weitermachen. Herausforderungen, Rhapsody der Raubzüge zum Beispiel, da habe ich mich gerade mal hingestellt, um euch das zu zeigen. Hier bei Janita, Nara könnte jetzt Rhapsody der Raubzüge weitermachen und dort die Aufgabe abschließen. Das werde ich jetzt auch direkt mal annehmen und dann später auch nach dem Video machen. Weil mir auch immer noch Punkte fehlen für die Brick. Ich bin irgendwie im Fieber mit Diablo und komme irgendwie nicht dazu, hier meine Punkte einzusammeln. Aber ja, das ist erstmal das Erste. Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, durch eine Mission die Endless Requiem als Blaupause freizuschalten. Und auch die Armor Stormwoven, den Blueprint, den bekommt ihr auch jetzt, wenn ihr eine Mission ein Konflikt abschließt. So, jetzt kommen wir erstmal zu den wichtigen Sachen. Erstmal, die Verteidigung von Manufakturen wurden reduziert auf das Maximum von 4 Stunden. Ich habe schon die ganze Zeit gepredigt, ey, macht keine Verteidigung. Ja, jetzt wurden auch die Stunden hier reduziert. Ich werde euch einfach mal die Tabelle einblenden. Im Prinzip ist 3x1, 3x2, 3x3 und nur Stufe 10 sind 4 Stunden. Das heißt, für alle, die meinen Tipp verfolgt haben oder befolgt haben und nicht über Level 8 gegangen sind, eure Manufakturen sind dann nur 3 Stunden lang nicht am Produzieren. Was sind das an Achterstücken? Vielleicht 180 oder sowas? 150 bis 180, also wirklich nicht der Rede wert. Dann das nächste, was richtig, richtig cool ist. Ihr kennt das ja, wenn ihr auf der Weltkarte solche Missionen habt, dann könnt ihr für Hilfe rufen. Bislang war es immer so, dass man dann da selber hinfahren musste, wenn jemand nach Hilfe gerufen hat. Manchmal hat man das noch gar nicht gesehen. Das wird jetzt so sein, dass man sich dort sofort hinporten kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinfahre und sage, ey, ich rufe nach Hilfe, für all denen nicht wissen, wie das geht, ihr müsst natürlich vor Ort sein, das anschauen und dann, ich glaube, Vierecke drückt halten und dann nach Hilfe rufen. Und dann können sich alle Leute, die mit euch auf einem Server sind, dorthin porten. Das ist richtig cool und stelle ich mir sehr cool vor, wenn wir wieder Community-Server am Start haben. Wenn ich dann nach Hilfe rufe und dann 20 Leute einfach dazukommen. Das gleiche gilt natürlich auch für irgendwelche Kämpfe oder über irgendwelche Osten-Übernahmen. Also sehr, sehr cool auf jeden Fall. Dann eine Sache, die ultra wichtig ist und die habe ich auch in einem meiner letzten Videos bemängelt. Ich hatte ja damals gesagt, ey, spielt auf gar keinen Fall Minen plus Torpedos, weil die Minen eure Torpedos abfangen. Aber das wurde Gott sei Dank geändert, weil jetzt fliegen oder fahren oder schwimmen eure Torpedos durch eure eigenen Minen durch. Das macht ja auch nur Sinn, dass ihr euch nicht selber quasi blocken könnt. Das heißt, nur noch feindliche Minen können euch blocken, auch freundliche Minen. Das heißt, wenn ihr mit einem Kollegen unterwegs seid oder überhaupt irgendjemand in der Welt unterwegs ist, der keine PvP-Flagge anhat, dann kann die Mine eure Torpedos nicht mehr stoppen. Sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Dann eine sehr, sehr witzige und coole Sache. Es gibt neue Perks für eure Schiffe. Unter anderem auch für die DAO, für alle ganz neuen Spieler von euch. Sehr, sehr cool. Das heißt, out of sight, also aus den Augen. Und bedeutet eigentlich, dass ihr viel schlechter oder schwieriger zu entdecken seid für die Gegner. Macht ja auch Sinn, wenn man schon so ein kleines Schiff hat, dann ist man natürlich auch schwieriger zu entdecken. Dann wurden die ganzen kleinen Schiffe extrem gebufft, wie ich finde. Die werden alle nochmal um zwei Knoten schneller, wenn sie drei Sekunden lang Rückenwind haben. Und die Turnrate wurde komplett erhöht bei den kleinen Schiffen. Wenn sie volles Segel haben, halbes Segel haben oder wenn sie am Trimmen sind. Bedeutet wahrscheinlich dann auch im Gegenwind. Hauptsache ihr seid am Trimmen. Oh ja, sehr, sehr coole Infos für die kleinen Schiffe. Weil ich ja auch bemängelt habe, dass bei den letzten zwei Rennen, vor allen Dingen dem Rennen in Afrika, was ja nur auf dem Fluss war. Das hat man eigentlich immer noch mit der Brigantine gemacht, obwohl ja die Brigantine kein Flussschiff ist. Ich denke mal, da hat man jetzt hier nachgebessert, dass man gerade mit den kleinen Schiffen, die dann wirklich wendig sind, dann auch wirklich auf den Flüssen rumfährt. Das macht ja auch nur Sinn meiner Meinung nach. Bald wird es auch nochmal ein Update geben, 2.1.2. Dort wird es um die Damage Calculation geben. Da will ich nicht zu sehr drauf eingehen. Erstmal ist das sehr kompliziert und für euch auch total irrelevant. Ihr könnt euch nur darauf einstellen, dass ein bisschen was am Damage Output und Overall Damage, auch den ihr bekommt, geändert wird. Gerade mit Schild und so weiter. Da wurde ein bisschen was angepasst. Seit Season 2 gibt es ja Schatzkisten, die Achtermünzen beinhalten. Diese werden jetzt grundsätzlich einfach eurem Wallet quasi hinzugefügt. Das heißt, ihr werdet nicht mehr in eurem Schiff sein oder ihr müsst sie nicht mehr mitführen oder erst nach Sankt anbringen, sondern die sind halt sofort in eurem Bankaccount, sage ich mal. Und ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil es war irgendwie komisch, dass man eine Truhe aufgemacht hat und die Münzen dann dabei hatte. Man konnte ja auch mit den Fast Travelen, das geht ja mittlerweile. Und dass sie nicht einfach sofort gut geschrieben werden, das ist jetzt auf jeden Fall so der Fall. Dann gab es natürlich noch ganz viele Bugfixes. Die könnt ihr euch selber anschauen. Ich habe euch einmal in der Videobeschreibung das Update unten verlinkt. Jetzt gibt es noch eine Sache, die sehr, sehr, sehr interessant ist meiner Meinung nach. Denn es gibt diesen, ich will ihn nicht Fehler nennen, aber es gibt diese Anzeige im Spiel, wenn man ein Schiff kauft, wenn man ein Schiff zu schnell kauft, wie genau der Fehler hervorgerufen wird, ist mir nicht ganz schlüssig. Aber dort steht sowas wie, ey, willst du jetzt einen Clan erstellen? Und wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine Clans in Skull and Bones. Ich kann dazu natürlich keine irgendwelche krassen Infos geben, weil ich selber auch keine Infos habe. Aber ich habe eigentlich mit Clans nicht vor Season 4, wenn nicht nach Season 4 gerechnet. Also, ich gehe nicht davon aus, dass wir in Season 2 Clans bekommen und eigentlich auch nicht, dass wir mit Season 3 Clans bekommen. Da könnt ihr gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Glaubt ihr, wir kriegen schon nächste Season die Clans in Skull and Bones? Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ich glaube es nicht. Ich denke eher Season 4 oder dann nach Season 4, nach dem ersten Jahr, wenn dann die Map erweitert wird und dann noch mehr Schiffe dazukommen. Und wenn es dann ins Jahr 2 geht, dass man dann Clans einführt. Overall, auf jeden Fall ein sehr cooles Mid-Season-Update, muss ich sagen. Wurden viele Sachen gefixt. Schaut euch das einmal an, wenn ihr irgendwelche Probleme hattet. Dann könnt ihr das hier nachschauen. Ich bin mal überflogen, ob dieses Brick-Ding hier drin steht. Tut es nicht. Wurde wahrscheinlich schon vorbehoben und ich habe es nicht mitbekommen. Aber jetzt habe ich das Spiel gerade ausgelockt. Ich habe irgendwie totale Probleme mit dem Einloggen bei Skull and Bones aktuell. Ja, vom Netzwerk getrennt. Das passt aber auch ganz gut zum Video, weil ich auch am Ende bin. Wenn ihr nichts verpassen wollt zu Skull and Bones, würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow freuen. Ich freue mich extrem schon auf Season 3, muss ich sagen. Ich bin mit Season 2 so gut es geht durch. Natürlich muss ich mir noch die Brick besorgen. Da fehlen nicht mehr viel. Ich werde die Mission auf jeden Fall jetzt noch zu Ende machen im Kaperbrief. Dann sollte ich die Brick auf jeden Fall haben. Dann schaue ich mir die an. Und wenn ihr dazu immer noch ein Video haben wollt, dann würde ich das auf jeden Fall noch nachreichen. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like auf dem Video freuen und sage es zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.